Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Unpacking Video von der PS4. Ja Leute, heute habe ich sie auch endlich bekommen. Die Playstation 4 ist in der Zentrale der Morgenlade 64 angekommen. Und habe ich mir da, packe ich sie zusammen mit euch aus. Dabei habe ich natürlich ein Messer, weil dieses ganze zugeklebte Klump aufzuschneiden. Hier haben wir jetzt dieses Ding am Start. Dann werden wir hier mal versuchen die aufzuschneiden. So, ich bin schon offen. Okay. Und ich still euch mal hier ab. So. Fangen wir mal das Ding hier auf. Noble Verpackung PS4 am Start. Alter. Leck mich doch am Zückerli. Servo. Hier die Verpackung. So. Dann kommen wir jetzt zum Herzstück. Zum Herzstück von dem ganzen Ballding. Sie sind sehr wohl beschissen. Ich knie mal die auf den Boden. So. Und packen wir hier mal aus. No. Leck mich. Achso. Oha. Schatzi. Leck dich hin. Und hier haben wir sie. Hier haben wir sie. Die PS4 am Start. So Leute. Hier habe ich jetzt die PS4. Packen wir sie mal aus. Oho. Weiter geht's. Hier haben wir sie. Ich pack sie mal schnell aus. Und wenn sie nackig ist. Zeige ich sie euch. Und hier haben wir jetzt das Ding. Wenn wir hier vorne schauen. Hier der Schnitt mal. Der schräge Schnitt der PS4. Und wenn wir hier jetzt nach vorne schauen. Ach ich weiß nicht. Ob ihr es sehen könnt. Das sind die USB-Anschlüsse. Hier vorne wird die CD eingeschoben. Dann geben wir. Oh sorry für das mal. Dann geben wir mal hier. Ah da über. Übrigens die alte PS3 von mir. So. Dann haben wir hinten die Anschlüsse. So. Da den USB-Anschluss. Äh den HDMI-Anschluss. Den LAN-Anschluss. Den sieht man aber schlecht. Dann ein. Kleiner USB-Anschluss glaube ich. Oder habe ich mich verteilen. Wenn ich mich verteile. Egal. Juli. Okay. Dann haben wir hier. Weiters in der Verpackung. Keine Controller. Hier am Start. Genau gleich wie. Hier. Am Start. Geht. So. Was haben wir da? Was haben wir da? PS4 System Software Update. Okay. Das Ganze umschreiben. Bla bla bla. So. Dann haben wir die Bedienungsanleitung. Denke ich jetzt mal. Weg. So. Dann kommen wir hier zu den Käbeln. Diese Käbeln. So. Hier haben wir das Ladekabel für den Controller. Dann haben wir hier ein. Oh mein Gott. Ein Headset. Oh mein Gott. Die Technik. Da kann dieses Headset da hinten. Richtig einpacken. Im Gegensatz zu diesem. Ultimate Gaming Headset. HD Gaming Headset. Dann haben wir hier den Stromanschluss. Dann haben wir hier den. Kurze Aufnahmefehle. Dann haben wir hier noch das USB Kabel. Ich werde das Ganze jetzt anschließen und anschließen dann zeigen. So Leute. Da haben wir die PS4 angeschlossen. Hinten das HDMI Kabel. Da habe ich jetzt selbst eins von mir genommen. Dann den Stromanschluss. Warte ich muss autofokussieren. Okay. Den Stromanschluss. Das reicht auch schon. Dann haben wir hier vorne den Controller. Hier mit dem USB angeschlossen. Hier haben wir den Controller. Richtig geil wie der leuchtet hier vorne. Das leuchtet da. Seht ihr wie geil? Die Farben ändern sich auch immer. Jetzt weiß. Dann wird es mal blau, rot. Richtig geil. Dann ihr müsst hier einschalten. Jetzt bei dem Schlitzer da. Hier wo das Licht ist. Hier. Hier ist der einschalten. Dann kommt. Erscheint das hier. Richtig geil. Richtig göttliche Musik. Und ja. Das war es dann mit dem Unpacking Video von der PS4. Wenn es euch gefallen hat. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Eure Morgen Leute. Finde. Ciao. Ja geilen Sniper. Na doch nicht. Doch geht es mal über meine Freunde. Kämpfe Kruu. Na. Oh mein Gott. Du hast es jetzt sehr selbe wie der Kiltan alter. Du hast mich Multikill da müsste man. Er hat wirklich auf dem Scheißers gesagt alter. Dann.